In lichtvoller Liebe grüße ich euch und ich möchte euch zu der wundervollsten Begegnung des höchsten Engels Metatron hinführen. Metatron, der Engel an der Seite Gottes, hilft dir, dich von deinen Ängsten zu erlösen. Bereits mit den Videos vom 10.07.2016 und 28.03.2017 hatte ich Metatron vorgestellt und auch ein kurzes Ritual, eine Anleitung hierzu gegeben. Wegen der vielen Anfragen über diesen hervorragenden Engel berichte ich heute noch einmal. Wie leben wir? Und in welcher Zeit leben wir? In der momentanen Zeit werden wir von gewaltigen Umbrüchen betroffen. Und die Menschheit wird mit allem Möglichen konfrontiert. Europa ist angefüllt von Unsicherheit und Angst. Und dann geschieht, wenn wir die Energie der Angst spüren, dass wir uns von der Liebe trennen und sogar vom Licht. Tauchen wir ein in unsere Ängste, werden wir handlungsunfähig. Diese Welle nimmt uns den Atem und die Angst breitet sich aus in unser Umfeld. Woher wir nicht mehr unterscheiden können, welche Angst die unsere ist oder die von den anderen, die wir gerade übernehmen. Jetzt, jetzt solltest du dich an den allerhöchsten Engel besinnen. Metatron, der Engel, der über allen anderen Engeln steht und an der Seite Gottes sitzt. Er selbst hatte eine Inkarnation auf Erden und somit weiß er über unsere Ängste und die Herausforderungen, die wir durchleben müssen, am besten Bescheid. Er gibt dir die Hilfe, sodass du wieder klar sehen und fühlen kannst. Du brauchst sie nur annehmen. Auf deine Frage, und wie geht das, sage ich dir, was du machen sollst. Nimm dir ein wenig Zeit und besinne dich deiner momentanen Befindlichkeiten. Dazu suche dir einen ruhigen Platz, an dem du dich wohlfühlst und zünde eine Kerze an. Leg dir ein Blatt Papier und einen Stift zurecht und rufe den Engel Metatron. Bitte ihn um seine Unterstützung. Beginne genau in diesem Augenblick in deinem Körper anzukommen und spüre deinen Körper, wie du dich fühlst. Und zwar in dieser Lage, in der Situation, in der du dich gerade befindest. Dabei ist es egal, ob du sitzt oder liegst. Spüre deinen Atem. Konzentriere dich auf deinen Atem und atme tief ein und aus. Ein und aus. Dabei lass beim Ausatmen alles Negative heraus und beim Einatmen ziehst du positive Energie in deinen Körper. So fühlst du dich vom Neuen auf. Du fühlst dich einfach auf und dein Energiestrom, der kann nun fließen. Nun bist du präsent und kannst Metatron um Hilfe bitten. Er möge dir Informationen zu deinen unbewussten Ängsten geben. Das kann in Worten, Bildern und Gefühlen in dein Bewusstsein kommen. Schreibe dir jetzt alles auf, auch wenn es dir im Moment nicht logisch erscheint. Und wenn dieser Fluss an Infos aufhört, bedanke dich bei Metatron und bitte ihn, deinen Körper und deine Energiefelder mit seinem Licht aufzutanken und zu durchströmen. Verabschiede dich von Metatron und tauche langsam aus der Begegnung aus ihm heraus. Lass alles von dir Notierte wirken, ohne es zu bewerten. Nimm dir in den nächsten drei Wochen täglich vor, dieses Blatt zu lesen und das, was dir dazu einfällt, zu ergänzen. Wenn du möchtest, kannst du ein Dankgebet zum Abschluss sprechen und Amen sagen. Metatrons Worte sind, folge meinem inneren Licht und du wirst keine Angst mehr haben. Eine Kerze, eine Kerze erhält ein dunkles Zimmer und so erhält die Liebe dein Leben. Je stärker die Liebe wächst, desto lichtvoller wird dein Leben, in dem die Angst keinen Platz mehr findet. Ich wünsche euch, dass die Liebe wieder Einzug in euer Leben nimmt, dass mit Licht und Wärme kein Raum mehr für Ängste da sind. Ich schicke euch dieses göttliche Licht. Eure Derya 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 Derya